Jetzt mehr Freiheit, so das Motto des Schützenbundes. Jetzt sei die Zeit reif für die Forderung nach Unabhängigkeit. Mit diesem Aufruf werben die Schützen für die Teilnahme an der Kundgebung und Informationsveranstaltung für die Selbstbestimmung Südtirols am Samstag in Miran. Laut Landeskommandant El Matala wird der Schützenbund gemeinsam mit anderen Minderheiten, so Schotten, Katalanen oder Flamen, im Rahmen eines Volksfestes gegen das Weiterbestehen von Nationalstaaten werben.